Unpopular Opinions, das können wir uns nochmal angucken, okay? Unpopular Opinions, wo was passiert ist? Ohrwürmer. Fluch, manchmal ein Segen, aber oft ein Fluch. Fickt aus Weisheiten, 2020. Was geht ab, meine werten Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Und ich weiß, meine Haare haben ihre Kontrolle komplett verloren. Das ist so ein Übergangsshit-Ding. Und heute habe ich mir gedacht, also eigentlich habe ich mir heute gar nichts gedacht. Aber das Video habe ich gestern schon geplant, deswegen, warum sage ich das ständig? Unpopular Opinions. Heikle Meinungen. Aber nicht meine, sondern eure. Ich, euch gestellt, auf Instagram. So, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Also, ich habe mir ehrlich gesagt noch gar nichts angeguckt. Weder kommt so etwas wie, hm, also meine heikle Meinung ist, dass Mobbing doof ist. Ach, wirklich, Bruder. Echt? Das ist in der Tat eine heikle Meinung. Kappa. K-Pop-Stars sehen aus wie Anime-Charaktere. K-Pop-Stars sehen aus wie Anime-Charaktere. Also, ich muss auch ehrlich sagen, mit diesem K-Pop, ich weiß noch nicht, warum, Wick die ganze Zeit irgendwas mit K-Pop jedes Mal sagt. Also, dieses koreanische. Also, das juckt mich immer null. Also, wenn irgendwie dieses K-Pop-Ding in den Trends ist, dann ist es das Erste, was ich schon mal direkt nicht anklick. Ha, ha, ha. Bevor jetzt der ein oder andere kommt und ruft, Also, ich persönlich finde irgendwie, dass es ein Kompliment ist. Ich meine, als Jugendlicher wollte ich einen Anime-Charakter. Hier, schaut mal, eins zu eins. Schwierig zu generalisieren. Fortnite ist überbewertet. Hey, das ist doch keine unpopular Opinion. Fortnite ist überbewertet. Also, mit, also, ich muss sagen, Fortnite ist wirklich ein Spiel, was so fucking ausgelutscht ist. Ich habe wirklich keinen Bock, mir die Scheiße irgendwo reinzuziehen. Es macht mir wirklich keinen Spaß. Vorteil ist unterbewertet. Alter, Theo, wirklich alt zum Maul. Wenn du wirklich der Meinung bist, ganz schwierige Sache, finde ich. Also, ich finde, es ist wirklich einfach deshalb, weil der Hype zu groß war und weil es so ausgelutscht ist, hast du einfach keinen Bock mehr drauf. Oder was für unpopular Opinion, das sagt die ganze fucking Welt. Das sollte man sagen, okay, Leute, ich leh mich da jetzt mal ganz aus dem Fenster, okay? Bitte nicht wütend werden. Das ist lediglich meine persönliche Meinung. Passt auf. Im Sommer ist es tendenziell wärmer als im Winter. Das hat er nicht gesagt. Aber jetzt mal Real Talk. Auch wenn ich solche Aussagen irgendwo verstehen kann, bin ich jetzt kein Überfan von das ist überbewertet und das ist underrated. Es hat schon irgendwo einen Sinn, warum bestimmte Sachen massentauglicher sind als andere. Das hat unter anderem damit zu tun, wie wir als Gesellschaft funktionieren. Also, dass Body Positivity dafür genutzt wird, das Gewicht zu rechtfertigen. Also, dass Body Positivity dafür genutzt wird, ihr Gewicht zu rechtfertigen. Hä? Was meinen die jetzt mit Body Positivity? Dass die sich damit best... Hä? Was ist das überhaupt so richtig? Dass man sich das gut redet, dass man so einen Körper hat oder wie... Äh, ist das wirklich ein gängiger Begriff, dieses Body Positivity? Warum rechtfertigen? Das klingt meiner Meinung nach sehr weird. Das klingt ein bisschen so, als wäre man in der Verantwortung, sich dafür rechtfertigen zu müssen, warum man übergewichtig ist oder untergewichtig. Hände hoch, sie sagen mir sofort, warum sie fett sind. Warum isst man das? Also, ich verstehe auf jeden Fall, worauf der Typ hinaus ist. Das ist so dieses, mhm, die wollen... Äh, dass man sagt, dass man fett isst, aber sich trotzdem gut fühlt. Ja, gut. Äh, ich denke, klar, es gibt einige, die das sagen und, äh, ja, machen, beziehungsweise, das machen wahrscheinlich sehr viele. Aber es kann ja auch sein, dass es wirklich Menschen gibt, die sich so in dem Körper wohlfühlen. Viele sagen auch... Also, es gibt auch wirklich Menschen, die haben auch schon gesagt, also, egal was ist, ich glaube, äh, jeder... Und das ist jetzt... Ich zitiere jetzt einfach mal. Das hat irgendwann mal jeder gesagt, äh, irgendjemand hat es gesagt. Jeder, der übergewichtig ist, ist niemals zufrieden mit seinem Körper. Oder fühlt sich niemals gut. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Ob es auch Menschen gibt, die sich so richtig wohlfühlen damit. Keine Ahnung. Also, von daher, ich finde, niemand muss sich rechtfertigen für, für seinen Körper. Juckt mich, ehrlich gesagt, auch, äh, relativ wenig. Aber ich persönlich finde, das hat auch irgendwo, ich sag mal, in Anführungsstrichen, gesellschaftliche Vorteile. In Zeiten von inneren Druck. Aufgrund von permanenter Selbstverstellung, wo alles perfekt aussehen muss. Erstens, um so ein bisschen Awareness zu schaffen, dass nicht alles perfekt ist. Und zweitens, dass man sich für seinen Körper nicht schämen muss, auch wenn dieser nicht perfekt ist. Und ich will damit natürlich nicht sagen, dass das Konzept von Fishing for Compliments nicht existiert. Natürlich gibt es sowas auch. Generell finde ich das ein bisschen schwierig, sein Selbstwertgefühl von der Meinung anderer Menschen abhängig zu machen. Also, eigentlich sollte man sich davon eher loslösen. Aber ich selbst reg mich da jetzt nicht drüber auf, wenn ich das irgendwo sehe. Ich meine, für Friede ist das tatsächlich ein Schritt, um über den eigenen Schatten zu sein. Wie groß bist du? Ich bin 1,83, 1,400. Deswegen regt euch nicht gleich unnötig auf, wenn irgendjemand ein bisschen nackter Haut postet. Es sei denn, fucking Minderjährige posten Softnudes. Weg mit dem Müll. Ich finde, dass man in Deutschland keine Meinungsfreiheit mehr hat. Gerade zu sensiblen Themen. Bruder, du weißt schon, was Meinungsfreiheit ist. Rein von der Definition. Wirst du vom System verfolgt, verhaftet oder umgebracht, weil du deine Meinung geäußert hast? Ich denke mal nicht. Ich meine, ich kann doch sagen, dass die CDU scheiße ist, obwohl die regieren und... FBI Opener! Jetzt übernehme ich Hall... Liebe. Was Geld kommt... Geld kommt auf die Menge an 100 Mio über Liebe. Was? Geld über Liebe. Also beim besten Willen. Also in... Also in was für einer Welt lebt diese Person, um zu behaupten, dass Geld über Liebe kommt? Also... Sorry. Der muss ein ganz, ganz trauriges Leben haben. Ein ganz, ganz trauriges Leben. Wenn Geld über Liebe kommt. Ey, wie kann man denn... Wie kann man denn behaupten, Geld über Liebe? Also... Das hat nichts mit unpopularer Opinion zu tun. Das hat einfach mal was mit purer Dummheit zu tun. Also sorry, aber... Ey, Liebe ist doch... Ist doch das, was... Er wurde dann wahrscheinlich noch nie geliebt. Ohne Scheiß. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Oh. Alright. Ich mach das ganz mal größer und rede jetzt vom Glück im Allgemeinen. Weil ich super oft lese, dass Leute, die überhaupt ein Geld machen, nicht glücklich, automatisch lügen. Also, eine Meinung von jemandem, der sowohl broke war, als auch... Also okay, keine 100 Mio besitzt, aber so viel hat, dass er sich keine Sorgen machen muss. Das macht das Leben auf jeden Fall easier und bringt, ich sag mal in Anführungsstrichen, temporäres Glück. Auf materielle Dinge bezogen. Als ich mir das hier gekauft habe, fand ich das drei Tage lang richtig geil. Und danach... Ja. War das halt meine Vlogging-Camp. Ein Mensch gewöhnt sich an alles. Und ich würde nicht sagen, dass meine Broke-Zeit weniger glücklich wird. Ich hatte da natürlich Probleme, aber heute sind es halt andere Probleme. Also für mich persönlich ist wahres Glück Zwischenmenschlichkeit. Also Menschen um einen rum haben, die einen glücklich machen. Sei es die Familie, wahre Freunde oder der Beziehungspartner. Das ist für mich auch anhaltendes Glück. Ich weiß, es klingt ein bisschen cheesy. Und ich weiß, es gibt Menschen, die wollen das nicht glauben, weil die sich irgendwann in den Kopf gesetzt haben, yo, wenn ich genug Geld auf dem Konto habe, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Aber äh, äh, du hast es nicht geblickt. Kolle ist zwar gut, aber nicht der King. Es gab ja auch unzählige Millionäre und Milliardäre, die sich irgendwann selbst umgebracht haben, leider. Und ich glaube, das haben sie nicht gemacht, weil die so happy waren. Maskenpflicht. Ja, ich denke, du kannst dann auch nie genug haben, ne? Oder wenn du dir halt alles leisten kannst, dann ist die Welt auch langweilig. Du willst doch auf was hinarbeiten. Du willst doch dir was holen, wo du selber sagst, hier, ey, da möchte ich drauf hinarbeiten. Und wenn du halt alles haben kannst, ist das doch voll langweilig. Also, wenn ich jetzt 100 Millionen Euro hätte, das ist, das ist cool. Also, ist natürlich cool, ist so keine Frage. Du kannst dir damit Dinge ermöglichen, die sich sonst fast niemand ermöglichen kann. Aber nichtsdestotrotz würde ich niemals sagen, dass Geld über Liebe geht. So, ey, finde ich gar nicht. Bringt nichts. Also, es hilft natürlich nicht, wenn du nicht von anderen angesteckt werden willst, aber es bringt was, wenn du anderen nicht anstecken möchtest. Ja, und wenn das dann alle machen, das macht schon... Man merkt, wie Kevin nur so antwortet, weil Tina im Hintergrund ist. Du Spinner, Alter. Ne, äh, Tina, die hört das, glaube ich, gar nicht, weil sie Kopfhörer auf hat. Hast du da gerade alles gehört, was ich gesagt habe? Du hast nichts gehört, sage ich doch. Ne, es ist nur Positives gewesen. Dass Geld nicht über Liebe geht. Sie hat es übrigens nicht gehört, aber ich habe es dir jetzt nochmal beigebracht. Gaubern, ich grüße dich. Schön, dass du da bist, mein Engel. ...unterschied aus. Und ich finde es eigentlich cool, dass sich der Großteil daran hält. Gestern war ich in der Bahn. Die Bahn war verhältnismäßig voll und wirklich jeder, jeder, ausnahmslos, jeder hat eine getragen. Es sah zwar ein bisschen weird aus, also ich habe mich wirklich gefühlt, als wäre ich in fucking Tokio. Habe nur noch die Haltestelle Jingles gefehlt. Messe Deutsch, Messe Deutsch. Aber in dem Moment war ich ein bisschen proud auf die Menschheit. Das passiert wirklich nicht oft. Wirklich nicht. Ich finde, dass vegan und vegetarisch zu leben einfach nur als Trend gemacht wird. Hä, Leute, ihr sollt mir doch Meinungen schreiben und können... Ne, ich denke auch nicht, vegan und vegetarisch wird nicht als Trend gemacht. Wenn es so ist, ganz ehrlich, ist es doch positiv. Also sind wir jetzt mal ganz ehrlich, wenn das als Trend gemacht wird und die Leute das auch wirklich sagen, ich mache das wegen dem Trend und es ist cool, dann ist das doch gut. Also ganz ehrlich, vegetarisch, vegan, man sollte halt bloß seine Kinder nicht irgendwelche zusätzlichen Mittel da noch geben. Aber es ist umso mehr Fleisch für mich da. Es ist doch, es hat nur positive Seiten. Es ist umso mehr Fleisch für mich da, beziehungsweise weniger Tiere werden dann halt geschlachtet, weil die Nachfrage nicht mehr so hoch ist. Was willst du mehr haben? Also ich genieße trotzdem noch mein Fleisch. Klar, ich finde es auch nicht gut, wie Tiere teilweise behandelt werden. Und ich würde es niemals übers Herz bringen, auch nur irgendein Tier dort zu töten, was das angeht. Also zumindest mit dieser Methode, wie das dort gemacht wird. Aber jetzt mal ganz ehrlich, so ein schönes Schweinesteak oder Rindersteak oder was weiß ich, herrlich. Schmeckt gut, schmeckt super. Bullshit. Ich meine, bestimmt gibt es Menschen, die irgendwann mal aus Trendgründen angefangen haben. Und dann nach einem Monat realisierten, yo, ich habe keinen Bock mehr darauf. Aber das, was du geschrieben hast, suggeriert, ja, dass es absolut niemanden gibt, der das aus Überzeugung macht. Was zum Beispiel mit mir, ich ziehe das schon seit vier Jahren durch, Bruder. Fuck, Jahr Nummer vier, wo ich mir kein geiles Köftespieß gönnen kann. Kann der scheiß Trend mal aufhören jetzt? Jetzt mal eine Ampel-App hier von mir. Also jeder soll konsumieren, was er möchte. Ich bin ja echt nicht Radical oder so. Aber es wird dem Planeten so krank helfen und natürlich der Tierwelt, wenn wir alle damit aufhören. Hentai. Er zwingt uns, in seinem Video, auf Fleisch zu verzichten. Dislike. Dislike dafür. Es kann man auch nur wegen des Plots schauen. Kann man? Ich empfinde, dass Masken tragen als... Ich verstehe das nicht mit diesem... Ich empfinde, dass Masken tragen als sehr entspannt, auch für längere Zeit... Sehr entspannt, auch für eine längere Zeit. Was? Also ich glaube, jeder, der mal eine Maske sich da aufgesetzt hat, ich weiß nicht, ob er Lackierer ist und der das braucht halt und der mit guten Verbindungen steht oder guten Kontakt damit hat und sich eine Maske kreiert hat, die absolut super ist. Aber Maske tragen für eine längere Zeit, Alter, das ist so belastend, wirklich. Du atmest dir die ganze Zeit deinen eigenen Hauch in die scheiß Fresse und es geht mir so auf den Sack, wenn ich die Maske habe und einen längeren Zeitraum dran habe. Aber da tun mir die Ohren weh, die Nase, irgendwann tut es weh, weil da habe ich noch so einen kleinen Bügel dran. Dann hauche ich mir selber ins Gesicht. Wo ist denn das geil? Also das ist wirklich geil. Äh, das ist wirklich nicht geil. Das ist komisch. Ich kann durch die FFP3 kaum atmen. Ja, Eike. Das ist die ordentliche Maske, sage ich mal. Schwierig. Also da stehe ich aber null dahinter, was das angeht. Ich sage, Vic befürworte das zum Teil, weil er selber auch Masken so rausbringen will. Also nur zum Teil, nicht komplett, nur so ein bisschen. Respekt, aber bei mir zum Beispiel ist es überhaupt nicht so. Okay, gut, gut, gut. Ich bin raus. Gutes Muster haben finde ich die auch richtig cool, also das hier ist mein Favorite. Dennoch finde ich die normalen Masken richtig, richtig schlimm auf Dauer. Also ich weiß nicht, ob das an meinem Riesenschädel liegt, aber wenn ich die auch nur eine halbe Stunde lang trage, fühlt sich das so an, als würde man ein Messer nehmen. Und hier so langsam, mit anderen Worten, meine Ohren sterben. Das war schon damals ein Jahr von Solus, wird immer der Fall sein bei diesen blöden Masken. Außerdem bekomme ich manchmal so ganz, ganz leicht Atemnot. Vielleicht ist es auch nur bei diesen Stoffmasken so, aber hier durchzuatmen ist ein bisschen hart. Man sollte mit sowas vielleicht nicht joggen gehen. Just saying. Zeichnen ist kein Talent. Zeichnen ist zum Großteil Übungssache. Zeichnen ist kein Talent, sondern eher Übungssache. Also, nee, würde ich nicht sagen. Ich denke, Zeichen ist Talent. Du musst die Voraussetzungen haben, um gerade Linien zu zeichnen, um diese schwunghaften Linien auch teilweise zu zeichnen, auch die Proportionen zu kennen. Ich denke schon, das hat schon was mit Talent zu tun, aber auch natürlich, ich würde sagen, es hat zu 30% mit Talent zu tun, mit zu 70% mit Übung zu tun. Ich glaube, man kann sich das wirklich antrainieren zu zeichnen. Glaube ich. Gehe ich zumindest von aus. Aber es ist genauso, es ist genauso wie beim Fußball zu jonglieren. Also, ich persönlich kann ganz gut jonglieren. Ich könnte jetzt auf Anhieb halt 500 Mal jonglieren. Links, rechts, was weiß ich. So, damit hätte ich kein Problem. Ich denke aber auch, dass das ein Talent ist mit Übung. Ich glaube nicht, dass das jetzt jemand machen könnte, der 2,30 Meter groß ist und halt scheiß Voraussetzungen hat. Wenn du jetzt da draußen halt übelste Probleme mit deiner Motorik hast und die ganze Zeit zitterst mit deiner Hand, was weiß ich, dann hast du natürlich Probleme im Zeichnen. Also, das ist halt, du brauchst schon irgendwo das gewisse Talent und auch, ja, das Willen dafür. Das Willen? Den Willen dafür, meine ich. Triffst du auch das Tor, das Gegnerrichter? Ich kann leider nicht. Ich kann wirklich nicht die Tore schießen. Das ist zum Kotzen bei mir. Kann ein Talent nicht wegen Übungen entstehen? Definitiv, Toni Loni. Auf jeden Fall. Aus Interesse und Übung, auf jeden Fall. Natürlich glaube ich, dass man immer besser werden kann, wenn man lang genug übt. Aber ich finde, es gibt auch Menschen, die können das von Anfang an irgendwie richtig gut. Und der Verbesserungsprozess ist bei denen viel, viel schneller als bei anderen. Sowas gibt es. Einige haben richtig gutes Gefühl dafür. Ich glaube auch, also es ist wirklich, es ist Talent. Also, manche haben das einfach von Anfang an. Manche haben das von Anfang an. Und ein Beispiel fällt mir ein. Ich weiß nicht, ob ihr Darts verfolgt. Darts Sport. Ob ihr Gary Anderson kennt. Falls ihr den kennt. Gary Anderson ist bekannt geworden. Der hat bis zu seinem, keine Ahnung, bis seinem 18. Lebensjahr. Ich weiß gerade nicht, wie lange das heißt. Bis zum 18. Lebensjahr oder so. Hat er noch nie Darts gespielt. Und die ersten paar Darts, die er geworfen hat, die gingen in die Triple 20. Alle drei. Das war uns mit seinen ersten Darts. Der hat von Anfang an perfekt getroffen. Also, der hat einfach das Talent, perfekt zielen zu können. Also, das ist nicht nur Übungssache. Manche, die haben das einfach wirklich im Blut. Manche können das einfach. Und das ist echt heftig. Ein anderer eher weniger. Und ich habe auch keine Ahnung, wie das psychologisch zusammenhängt, da ich kein Wissenschaftler bin. Bestimmt gibt es irgendwelche YouTube-Videos, die das erklären. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es Menschen gibt, die eher kreativ sind. Und die anderen gut in Mathe. Und that's it. Alles, was ich hier gesagt habe, ist auch lediglich meine Meinung. Schreibt eure heikle Meinung in unten rein. Und gebt Namen nach oben, wenn es euch geht. Aber ich weiß ja, diese unpopular Opinions ist eigentlich ganz nice. Da kann man auch mal gut mitreden. Finde ich echt entspannt. Der soll mehr davon machen.